So, hi Leute, was geht, hier ist es wieder ein Dornierdeck mit einem weiteren Video zu Battlefield 3 und wir zocken jetzt mal mit irgendwelchen Waffen, die nicht so oft gezockt werden. Hier die KH2002, die spielen wir mit Holo, Frontgriff und Schalldämpfer. Die Waffe habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, deshalb spielen wir mal einfach da mit. Das Ganze natürlich auf Woodbrush Map, wenn es denn nicht lecken würde, dann würde ich vielleicht auch mal was segeln. So, das ist dieselbe Runde, quasi die Anschlussgumme von der letzten Trinken. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mit mir zugehen wollt, schreibt mir einfach, äh, edit mich bei, ähm, bei Battlefield Origin, was auch immer, I don't need a Nick, wie immer, könnt ihr einfach den Namen rauskopieren, aus. Ähm, wie heißt es denn? Aus, äh, YouTube, Mann. Lebe! Keiner rum. Scheiße. Nein, lass mich hier rum. War aber Glück, würde ich mal sagen. Einfach mal reinballern, gucken, ob da irgendwer ist. Nee, 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 geht nicht. Vielleicht mal die andere Seite oder so laufen. Gucken, ob da was bringt. Ja, da, ja, das ist auch gut. Können wir jetzt ein bisschen rennen. Weil die haben da jetzt Angst vor, sollten sie eigentlich, oder der soll uns da einfach mal reinballern. Können wir da schnell hin splinten. Einfach zum Beispiel in einer Granat reinwerfen, gucken, ob da irgendwer ist. Oh, da sind ja die noch. Verdammt. Verdammt. Was, ich renne rein. Ja, la, 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 la. Was ist? Was ist denn da geh ich noch? Teuerlisch. Da können wir jetzt einbrennen. Da. Fahr doch mal vorne, du. Nuss. Ach, der Kühlschrank. Dann rennen wir halt so rum. Mal gucken, ob das was bringt. Ich glaube nicht. Scheiße. Puh. Ja, die Karte kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber bei der Karte habe ich sie heute irgendwie. Wie man sieht, voll auf die Storben, nix kann ich hier. So, wir sollten mal langsam dann reinbrennen. Da ist irgendwie, ob ich es eh da kann. Da hinten. Ja, ne? Toll. Ich habe irgendwie heute jetzt gerade nix drauf. Eben voll die gute Runde. Total viel. War ich, glaube ich, erst oder zweiter. Und jetzt. So ne Scheiß. Wie ist das an der Waffe? Dann nach unten. Ja doch, ich glaube, das gibt eine Waffe. Weil, äh, ich muss immer wieder drücken, aber die feuert halt nicht. Egal, wir spielen trotzdem die Runde mit der Waffe zu Ende. Da habt ihr halt Pech gehabt. Ich denke, die wird ja nicht mehr lange gehen. Ich weiß nicht, ich bin ein Kacknob. Braucht er mir nicht, äh, schluss. Ach, dumm. Denkt man einer, ist da nur, da kommen sie auch mal. So. Was machst du denn da? So, das schaffen wir natürlich nicht. Hilfe bei Kill. Haben wir noch nicht mal einen Kill bekommen. Tolle Runde. Und, äh, Scheiße. Ich glaube, das war auch die falsche Waffe für die Map. 06, ja. Hm, ich glaube schon. Ach, ne. Trotzdem fast so viele Punkte wie einer mit 7, 7. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.